Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TechnikWords. Ich möchte euch heute zeigen, wie ihr einen anderen Hintergrund für euer Notification Center in iOS 5 bekommen könnt. Und das Tweet nennt sich Blurred NC Background. Dieses installiert ihr euch. Und wenn dies getan ist, müsst ihr euer Springboard neu starten. Nach dem Spring öffnet ihr euer Notification Center und ihr seht schon, wenn dieses blöde Dings mal landet, dass es ein neuer Hintergrund ist. Also so eine Art, wenn man durch Glas schaut und es sehr verschwommen ist. Also ich finde es sieht richtig cool aus, viel besser als das Standard Design. Ja und das war es auch schon. Ich hoffe euch hat es gefallen. Viel Spaß damit. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.